Eine verfaulte Karotte. Safe wäre hier in der Kiste gewesen. Okay, hier geht's nun wieder hoch. Ich sehe es halt nicht. Skow, kommt her. Ich nehme so viel Heildränke. Ja, fress einen. Fress noch einen. Die kleinen. Kannst du wieder noch einen fressen. Oh, mein Beutel. Ach, hier kommen wir zum Kloster hoch. Okay. Wow. Stahlwäscher. Das sind die... Ah, okay. Agiles Chassis. Ausfallsicherungsprotokoll. 750 Kilo. Hm. Nee, gar keine Blue Screens mehr. Bali, richtig. Gar keine. Monitor auch gar nichts mehr, ja. Ich denke, dass es wirklich daran lag, irgendwie. Feuerwand. Überlegene Heilung. Okay. Ich dachte, da wäre auch noch mal was drin. Hm. Das heißt, wir wollen jetzt in die Höhle gehen. Ist das richtig? Anscheinend schon, oder? What else? Let's go. Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu gehört. Ich hoffe es aber doch. Man, da war Blut. Man, die Blutstapfen haben wir ja nicht mehr weiter gesehen. Die haben zwar in der Richtung gedeutet, wie gesagt, aber... We will see. Wenn ich jetzt nicht reingehe, glaube ich, werde ich es vergessen. Dass wir da hingehen wollten. Also einfach hin. Einfach durch. Weil da wird immer irgendwo noch mal Falle sein. Okay. Ich bin einfach durch. Okay. Wer redet da? Äh. Wett. Heb das Bein, wenn du lustig bist. Sterbender Schläger des Steinfürsten. Schwer verbunden ist. Diese Person kann nicht geheilt oder gerettet werden. Hi. Wie geht's dir? Ganz gut? Können wir nicht einfach werfen, oder so? Okay. Oh. Meine Läge. Ich kann sie nicht fühlen. Sag die anderen. Lass den Boss wissen. Wenn wir versuchen, ihm zu helfen. Scheiße. Dann killen wir ihn. Kötet. Wann Ithacago? Hey, Mann. So doof, dass wir mit Toten sprechen können. Komm her. Oh, Mann. Oh, Digi. Warum bist du denn jetzt so? Ich kann auch nicht werfen. Wir haben nämlich ins Wasser geworfen. Na, Gott. Wann machen wir sowas zu? Nö. Bissin Feuerwasser. Also in der Safe auch wieder fallen. Frischer Leichnam. Neuer Leichnam. Äh. Ohne Kopf. Oh je, wo kommen wir jetzt dahin? What the hell? Kommt das aus Schattenfällen hier, Degen Sie Wumsen? Das Schiff. Okay. Also ich will jetzt einfach mal hierhin ballern. Oder hierhin. Oder hierhin. Da sind wir selbst wieder fallen. Ah, hier. Look at that. Da sind sie ja. Das Ding ist schon durchstrennt. Ich zieh. Aber das da nicht. Stahl war Draht. Oh, what? I wasn't... Oh, shit. What? Äh. Excuse me. Schattenherz. Kannst du was tun? Äh. Äh. Hallo, pretty kitten. Hello, hello. Äh, wow. Würde sagen, erst mal hierhin ballern. So, wann Fynn war, würde ich mir eigentlich aufheben. Okay. Von oben drüber, maybe? Das ist auch nochmal ein Stolperdraht. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ist das einfach auch eine Falle. Wahrnehmung. 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 Das eine. Das ist eine. Nicht reinlaufen. Nicht reinlaufen. Rucksack. Fluch brechen. Ja, lässt sich. Irgendwann mal verkaufen. Irgendwann. Geil. Du bist reich. Irgendwann mal. Also, es ist schon reich, dass er uns dabei hat, ne? So, aber, ja. Eine Birne. Finally. Können wir spiel aufhören. Sehr schnelles Wasser. Wimmelpilzen. Wimmelpilz. Wimmelpilz. Viele Leute durchs Fallen zu führen, ist schon eine Qual. Ja. Wir können manchmal haben, dass sie direkt deinen Weg, wenn man den Hauptcharakter, ihn abgerennt haben, nimmt, dass sie den auch gleichzeitig nehmen, also deine Companions. Hier, du dummer Götze. Ziel ist zu weit entfernt, was? Schlecht hierhin. Schmeißen wir auf den Kopf. Warum geht das nicht? Werfen. Äh. Werfen. Ach, jetzt geht's nicht. Weg ist unterbrochen. Ja, that's the play. Bumm, Falle getriggert wieder. Eingeweihte. Wow. Oh, wird gespeichert. Ja. Ja, hab ich ja gesagt, Schattenfell hier. Ist der für glühenden Hammer da hinten? Der Zwerg mit der roten Kleidung. Aha. Karl Keule. Schütze, Felicia. Pahlin, Gesandter von Neunfinger. Kairos, Steinfürsten, okay. Altes Flockenhauge. Oh, oh, das ist schon weit. Oh. Okay, warte mal, wir helfen. Oh, ich wollte gerade erst. Macht jemand damage. Warum jetzt auf einmal gegen die aggressiv sind, weiß ich nicht. Zeichen des Jägers. Ja, okay, das sollte man halt auf den Gale. That's okay. Felsi könnte, aber Lupus Major, Digga, das hat der für den Helm außerdem. Wow. Okay, der Wolf wird auf jeden Fall Schattenherzangst einjagen. Beleggrad. Könnten wir nicht sogar hier hingehen. Warte mal, hier hin. Haben wir nicht nur eine Flasche Wasser dabei? Flasche Wasser? Ne, ich sehe keine. Haben wir die weggetan, gell? Eine Flasche Wasser dahingeschmissen, hätte dann Gale drauf batschen lassen. Ich denke, wo muss ich die tun? Na, komm. Ah, kannst du überspringen? Ah, gut. Und das hier. Geh durch. Reicht. Äh, bisschen näher. Scheiße, vielleicht auch nicht ganz. Wenn mir noch ein Millimeter fehlt. Komm her. Öp. Jetzt ist das hier. Hallo, da. Von behind. Okay. Eiswasser. Bleib ruhig da stehen. That's good. Geh alle auf Felsi. Ich reg erst mal den Hammer zurück, ne? Bleib da stehen. Oh, shit. Oh, one is dead. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib ne? Wow, schmutz. Good one. Ah, that's okay. Adlerherz. Hätt schon Heel geworfen. Die machen ja gar kein Damage. Okay. Let's go. Und nochmal Gleichgewicht. So. Macht er, der Boy. Der schießt wieder mit Säurepfeilen. Ah, zeig ich das Jäger. So, okay. Ah, that's okay. Ach, ich hab den jetzt immer die ganze Zeit gar nicht dabei, by the way. Oh, moin. Ja, moin. Äh. Ach, shit. Jetzt liegt's ein. Boah, jetzt haben wir's reingetriggert. Okay. Ich würde ihn, können wir schon mal weghauen. Ihn auch. Ja, dann tut es. Na, die sind ausgerutscht. Auf dem kleinen bisschen Eis, das da ist. Nach ihm kommt halt nochmal er. Da wird's auch auf Gail gehen. Mh, 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 mh. Auf Gail. Ja, fällt sie. Okay. Okay. Nice. Doppelfehlschlag. Sehr wichtig. Jetzt nochmal Hinterhalt. Komm. Weiß sie zu Tode. Ein HP. Schattenherz könnte ein bisschen was machen. Ich bin mal da hin. Oh, no. The game has encountered an unrecoverable DirectX error. Wow. Wow. Bit right back für die Aufnahme. So, dann sind wir wieder zurück in der Aufnahme. Äh, wir hatten einen neuen Crash, den haben wir auch noch nie so gehabt. Jetzt probieren wir diesmal. Äh, vielleicht kommen wir ja irgendwie rum. Nicht in Kampf. Komm. Einmal hier rum, rum, rum. Haben wir irgendwie ein Feuerfass oder so? Ne, haben wir nicht. Oh. Oh, äh. Oh. Oh. Oh, äh. Oh. Jetzt sind beide gegen uns, ne? Jetzt sind alle. He, he, he. Nice. Okay, wie besser, wenn ich euch mal einen Donner reingebe. Hi. Ja, jetzt sind halt alle gegen uns. How about, wobei, oh, wir könnten ja Wasser auch machen, aber die bewegen sich ja wahrscheinlich alle, bis Gale drankommt. Gale verstecken müssen wir eigentlich am allerbesten. Ich denke dann eher an hier so und hier so. Können wir noch einen Millimeter hier rüber? Ist das possible? Ah, jetzt haben wir alle drin fast. Sehr nice. Waffe kann auch mal wieder sein. Hammer. Here we go. Bastarion. Mh. Ich bin geil, warte mal. Buh, 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 buh. Tiertötens, nee. Blitzes. So. Oh, alle Rettungshof gelungen, Digga. Okay, dann. Okay, dann. Ich will Gale dran haben. Sammelt euch alle mal. Jetzt hätten wir das schwarze Loch gebraucht, ne, als Elefide. Was ist, wenn wir jetzt mal, natürlich in Bewegung, ne. Mal reinballern. Pff, weiß ja nicht. Können wir jetzt ein Gift reinballern. Blutwurst. Warum nicht? Extra-Damage. Was, wir können... Ich hab doch Extraktionen damit bekommen, oder nicht? Blutwurst. Ah, wenn sie dann tötet. Ach so, ups, falsch gelesen. Alles klar. Dann... Kill die mal. Okay, kill die mal. Shit. Kill die mal. Noch eine Aktion. Neh mal hin. Oh, shit. Digga, der Hammer von ihm, ne. Ja. Ja. Geht ihr auf die Me... Ah, wenigstens. Ah, auf Astarion. Natürlich, geht er auf Astarion. Ja, komm. Take it. Take it like a Astarion. Gale. Wo ist nochmal der Kältekegel? Ah, das war der Eissturm hier. Ein bisserl bigger. Wir haben nicht... Ah, Mann. Nicht genau alle drin. Können wir uns gleich entstellen. Take this. Und... Take this. So, der Hammer darf... Hämmern. Ja, natürlich. Hämmert er nicht. Pit. Kleiste Flammen könnte man noch badern. Warte, stehen zu wenig... Oh, wei. Na. Kriege ich alle drei? Ja, ich kriege alle drei. Nice. Alle wieder voll. Easy. Okay, haben keinen Vorteil. Hier, komm. Ach, schwieriges Gelände haben wir hier. Warum denn? Ach, wegen dem Eis. That's why. Ja, gut. Dann mach halt einfach. Geht auch nicht. Dann mach den hier. That's okay. Nicht ausrutschen. Das bringt den auch noch nicht viel Diggi. Ja. Kill her. Easy. Und jetzt schaut mal da rüber. Hello there. Bitch. Oh, Mann. Bitch. So. Sind ja alle dead. War nicht der Plan, aber so ist es passiert. Pfeil des Eises. Starion. Diebswerkzeug. Let's go. Scheiße, das ist Gold. Parlin. Schimmer, Tanz, Dolch. Okay, leuchtet. Okay, ne. Weitern kriegt er bloß eins auf Rüstungsklasse. Das brauchen wir. Bele der Gildenmeisterin. Neunfinger. Er gibt nicht klein bei. Der Steinfürst drängt sich in unsere Geschäftsbeleite zurückdrängen. Die milchgesichtigen Scheißer. Alles klar. So. Charmander. Eis wieder. Zastarion. Kairos hat den Hammer. Leichenschleifer. 25. Scheitert einer deiner Angriffe, wirkst du dennoch drei Wuchtschaden. Das ist der Angriff gewesen. Großer Hieb. Landet eine Waffe auf dem Boden, sodass Gegner in der Nähe vom Schall betroffen sind und möglicherweise weggestoßen werden. Das Ziel kann nicht geschoben werden, wenn es riesig ist. That's a little bit what she said und so. Waffenverzauberung bis zwei. Hm. Würde die wir eher nehmen als die Alibane. Also zwei Waffenverzauberung, ja, alles gut. Hm, 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 hm. Ja, gut, so wie oft machen wir eine Reaktion. Hm. Was, ich hoffe, die lieber ballern. Können wir es mal probieren. Eine vorteine Wahrnehmung hier halt, ja. Krass, dass er halt mit selten so viel Damage macht. Wir bräuchten ja sowieso immer einen, der Wucht ballert, ne. Deswegen haben wir ja den einen Hammer immer dabei, schon mal. Scheitert nicht. Ah, schützt unsere Lieferung. Okay, ich muss ja nicht persönlich vorbeikommen. Wollen wir das nämlich haben, dann haben wir ja... ...Typ sortieren. Hier, den Hammer können wir nicht endlich weg tun. Kathariks Kriegshammer. Aber wir hatten damals einen anderen so rum und den haben wir jetzt dafür genommen. Aber da kann es auch verkauft werden, weil wir jetzt den Norden haben. Der wo ist? Ah, hier. Hm. Ich glaube, die Alibane sieht auch noch stylisch ein bisschen anders geil aus. Ja, weiß ja nicht. Ist das jetzt ein Zweihand? Der ist ein Zweihand. Ein bisschen klein aus, ne? Verhältnismäßig ein bisschen... Not my type. Hm. Jetzt kannst du jetzt erstmal hier umgucken. Umso kleiner, that's what she said. Ist halt so. Großer Mann, kleiner Hammer. Gute Nacht, Julia. Dankeschön fürs dabei sein. Schönen, schönen Abend. Äh, Dolchwurz. Oh. Ein Gang. Alright. Lass halt Höhlen über Höhlen erkunden. Schatzkisten. Oh, da unten geht es auch noch lang, Digga. Gold über Gold. Routine. Das ist was. Ja, 20 Lagerparete. Ja, Leck. Geh, das Ding, ey. Let's go. Die Gemälde. Tal mit Bach. Tigernebel. Ah, er nimmt es mit. Ich habe es schon gedacht. Äh, hier ist das Bild. Was ist da? Keine Sicht. Das Bild da. Hält sie. Äh, verlassen. Bup. Irgendwas ist ja noch eine Falle. Dort schieß. Well, hello. Äh, entschärfen. Noch ein Dornstiefel. Ausweichinstinkt. Das ist ein Bonus auf bloß einfach Rüstungsklasse und Rettungswürfe. Solange du weder Rüstung noch Schild trägst. Gewaltiger Sprung. Näh. Näh. In so einem Riesending sind 268 Gold. Haben wir nicht vorhin irgendwo random einfach Hilfe mehr gefunden? Was will ich denn da mit dir? Das ist ja gar nichts. Wow. Da liegt noch Geld. Ich sehe es doch. Guck mal hier in der Ecke. Da glänzt es noch. Guck mal da auch. Gell, sie braucht eine Brille. Jetzt geht es auch noch irgendwo runter. Give me fall damage. Weg ist unterbrochen. Jep. Minus 28. Go down. Go down, Mr. President. Kommt alle her. Die Kamera ist nicht geil. So müssen wir das Spiel spielen. Okay. Ein Stück Sonnenmelone. Zwei. Geht mit. Walnuss. Traumnebel. Witziger Walknonen. Leg mal, du bist so spiel. Okay. Ein Stück Schimmelkäse. Schmuggler Manifest. Lesen. Regelig vergessen. Bleibt deine Schwertküste. Kameraden werden nicht hintergangen. Verpfiffen, bestohlen. Die wettvollsten Maren kommen immer zuerst. Haltet euch nicht mit Brot auf. Wenn die Juwelen greifbar sind. Das sind keine Bäckerei. Adlerfeder. Das ist ein besonderes. Alchemie-Ding. Ja, ich glaube schon. Ah, das ist ein Boti. Nicht weitersagen. Eine Karte, die eine geheimene Bresche in der Wand der Festung Würmfels zeigt. Sie können in das Gefängnis und von dort in das Innere der Festung selbst führen. Aha. Cool. Das ist immer Loot. Ball haben wir. Werfen. Oh, Lassarion. Ne. Na, fängt's. Okay. Ach, hier wäre auch. Ah, okay. Irgendwärten gerne runter springen müssen. Ich verstehe. Oh, oh, oh. Da hängt auch ein Leichen an, by the way. Hallo. Haben wir den So-Looten? Kairoswarnung. Äh. Ah, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Okay. Das finde ich sehr interesting. Scharfe Schweinewurst, die nehme natürlich mit. Nachricht für Kairos. K νio-Ring. Wo geht die Halsketten hin? Okay. Wow. 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 Okay, raus. Also noch ein klein bisschen Yokai. Immer Richtung Boot. Versteinerde Muschel. Ach, den nehmen wir komplett mit. Alles klar. Versteinerde Muschel öffnen. Da kann er gar nicht. Ich schmeiß wieder hin. Speichern. Schiffst du mal hier fest mit Kommentaren. Warum sind hier Parasiten drin? Hallo, saftig Obst. Hello, hello. Das Frachtverzeichnis in den Schiffs und all den trivialen Gütern wurde eine Ladung mit Kasten eingegreist und mit einem Feeds versehen. Die Ware des Steinfels müssen den Mann nicht sehen, um zu wissen, dass ihm sein Harpen gut teuer ist. Also die wollen Leute infizieren mit den Dingern. Verstehe ich das richtig? Looks empty. Looks empty. Looks empty. Blutband. Empty, aber trotzdem haben wir sie looten. Haben die vielleicht sogar... Was war das? Ach, holst du da oben. Die Gedanken sind ja da gemacht oben. Schmieren. 126. Guck mal, die kleine Kiste hat fast schon mehr als oben die Dicke. Schrott und Schrapnellgranate. Ein Schaden. Okay, lassen alle Gegner bluten. Naja. Sonst bluten die Leute lange, die sterben halt. Das ist alles. Okay. Hat jetzt aber nicht die Quest gelöst hier bezüglich Dingsi Bumsi. Oben des Klosters. Gehen wir jetzt aber nochmal direkt hoch. Gucken wir, was da abgeht. Was? Ein Hauptteil war noch warm. Büss. Hallo. Was willst du mir damit zu zeigen? Hier ist ein abgedrennter Kopf. Rubin. Äh. Können wir mit dem abgedrennten Kopf interagieren? Ja, boah, war ich klar. Äh. Lauf mal einfach durch, auch wenn es jetzt gleich blitzen wird. Ja, ist ein Abend. Hat jemand die Falle vergessen? Nö, ach was? Nein, im Leben doch nicht. Wer denn wohl? Was? Hä? Niemals. Lauf einfach weiter, wir heal uns währenddessen. Einfach durchlaufen, hat auch keiner gesehen, ihr habt nichts gesehen. Jetzt gehen wir nochmal nach hoch, gucken nochmal, da kann ich hier hinten hoch. Cam, geh ein bisschen weiter. Ich bin nicht da ins Gespräch einkommen. Wann einfach hochgeklettert? Ich glaube schon von der Seite. Bitte Nachtskewer. Oh. Oh. Kurz ausbuddeln. Ich glaube, da müssen wir sowieso mal eine Rast schieben. Bindung der Ebenen. So, vier. Ja. Fix das Ding. Ah. Schläft. So. So, kommen wir nochmal von der Seite rein. Können wir jetzt nochmal den quatschen. Gucken. Hm. Da fliegen denn Elefantchen. Sind ja alle dabei. Hallo. Ah ja, da kommt die Truppe. Quatschen wir mal mit ihr. Ja. Hallo. Hallo. Hm. Okay. Das muss ich halt nur noch finden im Dingsibumsi. da oben irgendwo. Okay. Also hier das Ding ist jetzt. Clear, ja. Ich glaube, das Elefantchen ist hochgegangen. Alright. Novizen Stornstrup. With a bill. So, dann gehen wir wieder auf den Mainweg hier. Das Ding ist, glaube ich, da hochgegangen. An der Stahlwache vorbei. Oder Stahlwächter, ja. So, wie es aber damit weiter geht, sind wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Oh. Wer redet mit uns. Ist das unser Imperator? Ich glaube schon. Stahlmain. Okay. Aber weiter geht es in der nächsten Folge. Bis hin.